Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 mit einem kleinen Live-Commentary. Heute spiele ich auf dem Map Chubin Herrschaft mit der Scorpion EVO und der B2-3er. Dieses Video gehört dir, Mickey Man, weil der Mickey Man ist heute am Start. Mein PSN-Freund, ich habe immer schon gesagt, mit dem mache ich mal ein Live-Commentary und das ist heute hier auf dem Map Herrschaft. Es ist jetzt ein sehr kleines Gameplay von 1 Minute 7 Sekunden, die das Spiel jetzt hier dauert noch. Ja, ungefähr. Und heute mal ein HD-PVR-Box. Qualität am Start und da haben wir doch schon, da haben wir doch schon was. Gekillt. Das gibt gute Punkte. Ich mache jetzt mal die Scrolls da auf, Mickey Man hat schon ganze Sex-Abschlachtungen. Der Mann weiß, wie es geht einfach, der ist einfach drauf. Ist ein echt chilliger Typ, habe mit ihm auch schon im Headset-Chat gesprochen und der ist echt korrekt, der Typ, den könnt ihr gerne mal adden. Weil korrekt die Typen, finde ich immer gut. Die wissen, wo es lang geht. So. Aber wir sehen auf jeden Fall einen Punkt hier. Es sieht aus wie ein kleiner Gegner hier. Ich musste mich aber nochmal abknallen. Ich habe mir im Foren schon ein Ding gezockt hier auf der Map. Wie heißt sie? Express, glaube ich. Ja, Mann. Und da habe ich noch die Kill-Cam gerissen. Ja, Mann. Das war eine schöne Sache. Tjubin, 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 Mann. B verlieren wir? Wow, Bro. Wow, was war das denn für eine Aktion? Boah, der ist ja voll rausgechäumt. Ich kriege ja auch einen Herzinfarkt hier. Mann. Leute, das war der Sieg. 97 zu 65. Spielbonus 1475 EP, Mann. Und wir schauen uns einfach die letzte Kill-Cam an. Es war ein kleines Commentary. Mit Mackie Man und eurem YouTube-Games kommt zusammen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Commentary und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.